Sportwetten 5.153.509 Euro Sportwetten, Gewinne Januar bis Dezember 2020 Autor D. Seltsamek kennt sie YouTube, das Jahr 2020 Eustrum und wir haben in diesem Jahre in der Tat 5.153.509 Euro Nettogewinne mit Sportwetten gemacht Siehe nachstehende Aufstellung Alle täglichen Videos können Sie bei YouTube unter Sportwetten-Fußballwetten nochmal nachsehen Jeweils unter den angegebenen Daten In der jeweiligen Videobeschreibung ist auch vermerkt, welche Partien jeweils gewettet wurden 5.153.509 Euro Nettogewinn mit Sportwetten im Jahre 2020 Das kann sich sehen lassen und ist noch von niemandem erreicht 15.01.2020 13 Euro 16.01.2020 14 0 Euro 17.01.2020 9.527 Euro 92 18.01.2020 9.01.2020 10.051 Euro 20.01.2020 2.814 Euro 21.01.2020 9.708 Euro 22.01.2020 10.630 Euro, 28.01.2020, 30.525 Euro, 29.01.2020, 1428, 2000 Euro, 30.01.2020, 74 Euro, 31.01.2020, 59.840 Euro, 1.02.2020, 74.062 Euro, 2.02.2020, 87.986 Euro, 3.02.2020, 45 Euro, 4.02.2020, 38.953 Euro, 5.02.2020, 38.668 Euro, 6.02.2020, 210 Euro, 7.02.2020, 73.974 Euro, 8.02.2020, 61.625 Euro, 9.02.2020, 4.725 Euro, 10.02.2020, 27.224 Euro, 11.02.2020, 26.151 Euro, 0 Euro, 15.02.2020, 73.976 Euro, 16.02.2020, 11.371 Euro, 17.02.2020, 75 Euro, 18.02.2020, 18.101 Euro, 19.02.2020, 25 Euro, 20.02.2020, 20.02.2020, 3.172 Euro, 21.02.2020, 16.814 Euro, 22.02.2020, 39.679 Euro, 23.02.2020, 8.881 Euro, 24.02.2020, 25.02.2020, 4.038 Euro, 25.02.2020, 7.224 Euro, 26.02.2020, 8.120 Euro, 27.02.2020, 66.701 Euro, 28.02.2020, 43.150 Euro, 29.02.2020, 3.617 Euro, 22.02.2020, 22.02.2020, 22.02.2020, 57.03.03.2020, 55.847 Euro, 4.03.2020, 18.167 Euro, 5.03.2020, 76.03.2020, 30.668 Euro, 7.03.2020, 66.074 Euro, 8.03.2020, 66.074 Euro, 8.03.2020, 2020, 80.371 Euro, 9.03.2020, 11.818 Euro, 10.03.2020, 33.606 Euro, 11.03.2020, 18.177 Euro, 12.03.2020, 529 Euro, 13.03.2020, 26.04.2020, 114 Euro, 14.03.2020, 114 Euro, 15.03.2020, 0.17.03.2020, 1.18.03.2020, 622 Euro, 19.03.2020, 4.20.03.2020, 0.17.2020, 46 Euro, 19.199 Euro, 19.20.2020, 14.03.2020, 114 Euro, 19.205 Euro, 20.2000, 16. programma, 19.20.2020, 16.6 Euro, 20.31 Euro, 2020 49 Euro, 27.03.2020 7452 Euro, 28.03.2020 364 Euro, 29.03.2020 1428, 2000 Euro, 30.03.2020 14, 31.03.2020 117.370 Euro, 1.04.2020 388 Euro, 2.04.2020 31141 Euro, 3.04.2020 6765 Euro, 4.04.2020 58243 Euro, 5.04.2020 52918 Euro, 6.04.2020 2745 Euro, 9.04.2020 2598 Euro, 10.04.2020 1251 Euro, 11.04.2020 43.427 Euro, 12.04.2020 2835 Euro, 13.04.2020 4247 Euro, 14.04.2020 74 Euro, 15.04.2020 12782 Euro, 16.04.2020 9400 Euro, 17.04.2020 0 Euro, 19.04.2020 20.04.2020 0 Euro, 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 20.04.2020 0 Euro 306 Euro, 26.04.2020, 1649 Euro, 27.04.2020, 615 Euro, 28.04.2020, 6069 Euro, 29.04.2020, 893 Euro, 30.04.2020, 1217. 2000 Euro, 1.05.2020, 544 Euro, 2.05.2020, 2099 Euro, 3.05.2020, 1298 Euro, 5.05.2020, 113 Euro, 6.05.2020, 186 Euro, 7.05.2020, 506 Euro, 8.05.2020, 20.04.2020, 1.030,00 Euro, 9.05.2020, 1421, 2000 Euro, 10.05.2020, 486 Euro, 11.05.2020, 2168 Euro, 12.05.2020, 16 Euro, 13.05.2020, 20.05.2020, 244 Euro, 15.05.2020, 358 Euro, 16.05.2020, 8.405 Euro, 17.05.2020, 117 Euro, 18.05.2020, 477 Euro, 19.05.2020, 25.05.2020, 5.05.2020, 5.05.2020, 5.05.2020, 5.05.2020, 645 Euro, 22.05.2020, 33.515 Euro, 23.05.2020, 45.137 Euro, 24.05.2020, 12.587 Euro, 25.05.2020, 25.05.2020, 259 Euro, 26.05.2020, 73.272 Euro, 27.05.2020, 114.959 Euro, 28.05.2020, 8.094 Euro, 29.05.2020, 25.05.2020, 14.097 Euro, 29.05.2020, 14.097 Euro, 29.06.2020, 14.097 Euro, 32.06.2020, 14.097 Euro, 5.06.2020 657 Euro, 6.06.2020 28523 Euro, 7.06.2020 5 Euro, 8.06.2020 1212 2000 Euro, 9.06.2020 10340 Euro, 10.06.2020 10129 Euro, 11.06.2020 12.06.2020 1259 2000 Euro, 13.06.2020 14271 Euro, 14.06.2020 2 Euro, 15.06.2020 463 Euro, 16.06.2020 31.816 Euro, 17.06.2020 164.700 Euro, 244 Euro, 0 Euro, 20.06.2020 24576 Euro, 21.06.2020 5450 Euro, 23.06.2020 14 Euro, 24.06.2020 1529 26.06.2020 549 Euro, 27.06.2020 90756 Euro, 28.06.2020 246.625 Euro, 29.06.2020 163 Euro, 30.06.2020 35.06.2020 355 Euro, 2.07.2020 519 Euro, 3.07.2020 168 Euro, 4.07.2020 45760 Euro, 5.07.2020 43 Euro, 6.07.2020 10 Euro, 7.07.2020 8.08.043 Euro, 8.07.2020 601 Euro, 9.07.2020 39 Euro, 10.07.2020 299 Euro, 11.07.2020 299 Euro, 11.07.2020 256 Euro, 12.07.2020 140 Euro, 15.07.2020 66 Euro, 16.07.2020, 7 Euro, 17.07.2020, 34 Euro, 18.07.2020, 61 Euro, 25.07.2020, 8.749 Euro, 26.07.2020, 26 Euro, 29.07.2020, 35 Euro, 30.07.2020, 21.07.2020, 21.07.2020, 57.825 Euro, 1.08.2020, 2475 Euro, 2.08.2020, 0 Euro, 5.08.2020, 434 Euro, 7.08.2020, 42 Euro, 8.08.2020, 2898 Euro, 9.08.2020, 6.403 Euro, 13.08.2020, 28 Euro, 14.08.2020, 390 Euro, 15.08.2020, 3458 Euro, 16.08.2020, 109 Euro, 21.08.2020, 525 Euro, 22.08.2020, 8.07.2020, 8.07.2020, 8.07.2020, 5452 Euro, 24.08.2020, 11.940 Euro, 25.08.2020, 771 Euro, 26.08.2020, 13.117, 2.000 Euro, 27.08.2020, 24.08.2020, 242 Euro, 28.08.2020, 11.076, 2.000 Euro, 29.08.2020, 5145 Euro, 30.08.2020, 3.000 Euro, 31.08.2020, 614 Euro, 1.09.2020, 4.512 Euro, 2.09.2020, 16.819 Euro, 3.09.2020, 4.10.2020, 17.116 Euro, 4.10.2020, 7.135 Euro, 5.10.2020, 17.116 Euro, 6.10.2020, 215 Euro, 7.10.2020, 408 Euro, 8.09.2020 17 Euro, 9.09.2020 74 Euro, 10.09.2020 29.650 Euro, 11.09.2020 12.09.2020 25.698 Euro, 13.09.2020 3.804 Euro, 14.09.2020 61 Euro, 15.09.2020 375 Euro, 17.09.2020 73.037 Euro, 18.09.2020 29 Euro, 19.09.2020 47.426 Euro, 20.09.2020 380 Euro, 21.09.2020 2993 Euro, 23.09.2020 42.167 Euro, 24.09.2020 40 Euro, 25.09.2020 35.689 Euro, 26.09.2020 21.09.2020 14.077 Euro, 27.09.2020 12.1413 Euro, 28.09.2020 14.178 Euro, 2.10.2020 10.218 Euro, 3.10.2023 23.857 Euro, 4.10.2020 34.652 Euro, 6.10.2020 8.570 Euro, 8.10.2020 1179 Euro, 9.10.2020 303 Euro, 12.10.2020 74 Euro, 14.10.2020 468 Euro, 15.10.2020 9 Euro, 15.10.2020 9 Euro, 16.10.2020 350 Euro, 17.10.2020 43.675 Euro, 18.10.2020 25.412 Euro, 22.10.2020 16.294 Euro, 23.10.2020 20.0 Euro, 25.10.2020 9.10.2020, 19.10.2020 1.890 Euro, 31.10.2020, 16.362 Euro, 1.11.2020, 1.067,00 Euro, 2.11.2020, 6583 Euro, 3.11.2020, 3.454 Euro, 4.11.2020, 20.706 Euro, 5.11.2020, 15.077 Euro, 6.11.2020, 7.970 Euro, 7.11.2020, 59.001 Euro, 8.11.2020, 4.066 Euro, 9.11.2020, 178.178 Euro, 10.11.2020, 11.341 Euro, 11.11.2020, 33.108 Euro, 12.11.2020, 1.080,00 Euro, 13.11.2020, 1.17 Euro, 14.11.2020, 12.11.2020, 2.289 Euro, 15.11.2020, 4.456 Euro, 16.11.2020, 13.11.2020, 1.17.2020, 2.24 Euro, 18.11.2020 2462 Euro, 20.11.2020 2208 Euro, 21.11.2020 238.530 Euro, 22.11.2020 24.11.2020 26.084 Euro, 25.11.2020 234 Euro, 28.11.2020 8466 Euro, 29.11.2020 2506 Euro, 2.12.2020 6650 Euro, 3.12.2020 21610 Euro, 4.12.2020 39 Euro, 5.12.2020 24940 Euro, 6.12.2020 44169 Euro, 7.12.2020 247 Euro, 8.12.2020 3169 Euro, 9.12.2020 1317 2000 Euro, 10.12.2020 44378 Euro, 11.12.2020 1459 Euro, 12.12.2020 9.328 Euro, 13.12.2020 25599 Euro, 15.12.2020 11.279 Euro, 16.12.2020 12.945 Euro, 17.12.2020 3.390 Euro, 18.12.2020 16.383 Euro, 19.12.2020 3.218 Euro, 20.12.2020 21.12.2020 2.963 Euro, 21.12.2020 7.886 Euro, 23.12.2020 4.764 Euro, 24.12.2020 3.24 Euro, 25.12.2020 20.22 Euro, 22.22 Euro, 26.12.2020 0 Euro, 29.12.2020 8.210 Euro, 30.12.2020 3.760 Euro, 31.12.2020 60 Euro, 5.153.509 Euro, 92 Euro, 5.16.32.2020 4.13.2020